Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Table Tennis Gamer mit, ähm, wie heißt das? Diddy Kong Racing! Ja, und wir machen hier die ganzen Level nochmal, um den Zweitmalon zu kriegen für die Münzen. Und wir sind in der Skelettenschlucht Silberrennen. Ja, das mit den Münzen. Ich weiß gar nicht, ob man die Winterwelt jetzt schon machen kann, obwohl man noch nicht in allen Leveln hier die, uah, Münzen hat. Und jetzt überholen sie uns gleich. Ah, weil die eben nicht die roten Münzen sind. Und jetzt erstmal hier Ölfleck. Haha. Wow. Okay, wo sind die silbernen Münzen, Leute? Da haben wir schon eine verpasst. Oh Gott, die war aber auch gemein. Die war aber auch echt gemein. So, da noch eine. Hier noch eine. Hey, nur noch drei. Eine weiß ich noch, wo sie ist. Und 100 pro hier unten auch eine. Ja. Als wenn ich's geahnt hätte. Und die letzte weiß ich, wo die ist. Okay. Also das dürfte kein Problem sein hier für uns. Ah, das hab ich egal. Sind uns dicht auf den Fersen, die anderen. Aber es dürfte nicht so tragisch sein. So, hier die Scheiße. Ja. Oh Gott. Aber wir sind noch Erster. Wir sind noch Erster, Leute. Geil. Hätte ich nicht mitgerechnet. Alter, das war echt shit jetzt. Ach Gott. Dieses Spiel ist einfach genial. Für gute Laune und... Auch so ist einfach ein geniales Spiel hier. Aber man kann sich echt hinterher auch echt ziemlich aufregen. Also, wenn man das dann hier nicht schafft. Und gerade hinterher, da kann ich mich noch erinnern. Jetzt haben wir hier 10 oder was. Ja, und dann ist klar. Kann ich mich noch erinnern an Level mit silbernen Münzen. Wo ich echt ewig für gebraucht habe. Weil mir immer am Ende eine gefehlt hat. Weil ich die nicht mitbekommen habe. Also, das war echt... Aber jetzt, hier. Wir haben's geschafft. Das war echt schrecklich. So, hier haben wir jetzt die silbernen Münzen. Da kommt Simba. Unser cooler Elefant hier. Ja, komm. Gib uns den Ballon und... Ja, und ich habe wieder nicht verstanden, was er gesagt hat. Wenn irgendjemand weiß, was er da labert, dann könnt ihr mir das ja mal bitte schreiben, weil das ist für mich echt irgendwo unbegreiflich. So, da haben wir einen Zehner. So, und hier. So, komm. Ab rein hier, Silbermünzen bei der Scheiße auch, okay. Jetzt bin ich gespannt. Da hinten habe ich schon eine gesehen. Ja, ist klar. Das ist schon mal fies, ey. Ja, das ist schon verkackt. Ey, was... Okay, die müssen wir an... Was sind das denn hier für Scheißstellen? Fängt... Ja, da ist auch eine, habe ich übersehen. Fängt ja schon Scheiße an hier. Oh. Ja, das ist klar. Ach, du Kacke. Das muss ich, glaube ich, zweimal fahren hier. Das gibt nichts. Wo war denn die eine jetzt? Ach, die war... Okay. Ja! Alles klar. Ja! Und das war's dann. Das hätte man verloren. Geil! Genial. Genial. Also, das war gar nichts. Wenn da nicht ein Wunder passiert, das... Nee, das geht gar nicht mehr. Haben wir verloren. So ein Beschiss. Wie kann man aber auch die Münze nur dahin machen? Verstehe ich nicht. Ja, Final Lamp jetzt ist... Ah! Da muss man dann echt mit dem Turbo nochmal durch, glaube ich. Aber bloß nicht letzter. Der Rest ist mir jetzt egal. Komm hier, den Banjo, den überhol mal auch noch. Und dich auch noch. Und... Ja, scheiße. Fünfter, ey. Was ist das denn? Nochmal... Ja, ja, Reihenfolge, komm. Erneut versuchen, ist egal. Shit! Man! Jetzt starten wir aber hier von einer besseren Position aus. Ja! Ja! Was... Was ist das denn? Hä? Hallo? Was... Was soll das denn jetzt? Ey, habt ihr... Habt ihr... Habt ihr das schon mal gesehen? Was war das denn? Ist er auf einem Rad da hinten. Ey, ey, ey. Ja, was... Was war das denn für ein Scheiß? Habt ihr das gesehen? Das würde mich mal interessieren, ob das auch schon mal jemand geschafft hat von euch. Weil das gibt's doch gar nicht. Auf einmal ist er da irgendwie auf einem Rad so am Stunts machen. Was war das denn? Also, wenn ihr das auch schon mal geschafft habt, dann schreibt mir mal. Weil das hab ich gerade zum ersten Mal gesehen. Und ich spiel das Spiel echt schon... Naja, lange will ich nicht sagen, aber... Habt ihr das schon ewig durchgespielt hier? Geil. Also, das hab ich auch noch nicht gesehen. So, ist das noch machbar hier, den ersten zu holen? Ich weiß es nicht. Mit viel Glück... Ah, schafft man nicht mehr, oder? Vorne ist der Konker hier. Nein! Es ist nicht wahr! Es ist nicht wahr! So, komm einmal noch, dort lässt die Zeit noch zu. Müssen uns beeilen jetzt hier. Gibt's doch gar nicht. Ey, den Scheiß gesehen? Ich glaub's ja gar nicht. Die andere Münster, da nehm ich gleich mit. Ich glaub, die haben einen Dachschaden hier. Die nehm ich auch gleich mit. Mein Gott, ey! Ja, nehm wir die auch gleich mit. Ist klar. So geht das hier, denke ich mal, ohne viel Schaden zu verlieren. So, und oh, so, jetzt haben wir aber jetzt hier mal den richtigen Kurs. Ne, Leute, aber das, das eben war echt geil, ey. Das hab ich auch noch nie geschafft. Da macht, macht die Maus hier Stunts auf einem Hinterrad von dem Auto, ey. Also das, das hab ich auch noch nie gehabt. Weiß ich auch bis jetzt immer noch nicht, wie ich das gemacht hab. Ich glaub, das würd ich auch nie wieder schaffen. Komm jetzt, ab durchs Ziel mit dir. Ja, wir haben so viel Vorsprung. Okay, nach dem dritten Anlauf haben wir das Level dann auch mal geschafft. Finish, ja. So, komm Simba, gib uns den Ballon und dann geht's weiter hier. Jawäe! Und jetzt, was sagt er? Hat er jetzt gesagt, this is for you? Das hätte ich sogar noch verstanden. So, und Notbremsung. Okay, wir machen hier im nächsten Part weiter. Also, bis zum nächsten Mal, euer TT Gamer.